Und heute bei Lenzen, Feed. Wisst ihr, was Feeding ist? Ich hab's nicht gewusst. Bis mich Julia Groth anrief und mir erzählte, dass sie ihre Schwester im Internet auf Videos gesehen hat. Die Schwester, etwas beleibter, aß im Internet, vor der Kamera und das zuhauf. Das heißt, sie mästete sich. Dieser Anblick war für meine Mandantin und ist es immer noch unerträglich. Die Frage ist nun, ist Saskia Groth gezwungenermaßen oder ist sie freiwillig?